Sehr vielen Dank dafür, dass ihr von der Seite unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt und es wird auch sehr gefallen, wenn ihr sehr gut seid, in der Unternehmung den Subscriber würdet ihr anklicken. Vielleicht schreibt ihr euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab, schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos, vielleicht könnt ihr uns auch mal in die Folge, schreibt ihr uns ein Zeugnis teil. Wir beten auch, dass alle unsere Videos einen sehen, für euch sind. Vielleicht wirst du mal eine professionelle Kamera type, mal fene Bilder machen. Vielleicht wirst du mal ein bisschen betere Bilder machen, als du nicht gemerkt hast. Wenn du interessiert bist, vielleicht mal ein bisschen investieren. In was schmeckt, dass du fene Bilder machen kannst von der Natur, fene Bilder machen von Porträts, von Menschen. Wie möchtest du jetzt unsere Eile, unsere äldre Kamera anbeuten von dir? Ich will jetzt hier von dir anbeuten, ich will alle Bilder hier beziehen, mit der Hand stellen, dann kostet die mal ein bisschen. Ich will nicht lange für die Plotische Tümpfegeber haben. Wenn du interessiert bist, dann möchte ich die so schwindelig anspornen, uns vielleicht ein Audio zu schicken und WhatsApp. Und dann kann ich nochmal reden. So, wir haben eine professionelle Kamera für die letzte zwei Jahre, hier haben wir unsere Videos hier, unsere Bilder, die haben wir alle mit dieser Kamera gemerkt. Aber wenn wir jetzt eine neue Geschichte haben, von einem Bruder haben, dann brauchen wir nicht zwei Kameras haben. So, da werden, weil ich das nicht verkaufen. Du hast nichts mehr erreicht. Ich will bloß nicht zwei Kameras haben, und das ist natürlich für Geld. Ich würde lieber investieren in was anderes, so dann könnte ich die hier für einen goldenen Preis anbeuten. Diese Kamera ist professionell. Du möchtest für professionelle Fotografie und Videos. Das kostet bedankt, dass du es mir möchtest. So, als wir die mal kaufte, vier Jahre 3, wir tålst 8600 kronische Dollar dafür. So, das ist die andere Kamera. Und wir haben alle Jahre gebraucht, das vier Jahre. Und dann können wir hier auch finden, gute Preis für Kijp, okay? Wenn du vielleicht Videografie dauer, vielleicht Kaste fotografieren. Hier hast du, mit dieser Kamera hast du zwei größte Linsen, wo die hier anstelle, kostet es eine. Eine größte Lins, das ist die andere für Wiederauf fotografieren. Und dann eine für Portraits, wenn du dich hast. So, diese Kamera macht wie jüngst anbeuten von dir. Für einen goldenen Preis. 5499 Dollar. Knottische. Und das ist dann für die drei Linsen, für die zwei Linsen und für die Kamera. Ich mag Ihnen bloß wiesen auch, wie die Kamera uitzet. So, diese Kamera, die wir hier haben, ist ein Canon EOS 5D Mark Fire. So, das ist die zweite nächste Serie, die Canon gemerkt hat. So, das ist eine ganz gute Qualität. Und die Linsen, die, wo ich hier anbeuten will, die zwei. Die erste ist eine EF 24-70 Millimeter. Mit einem F 2.8. Das ist sehr schmackt ein Portraits-Möcke. Ein Portraits meint, wenn du Menschen was fotografieren. So, dass du dahin kannst alle Fähne ausmachen. Und dass die Person ganz klar ist. So, das ist das Objektiv hier, was ich hier stehen habe. Das steht 24-70. Und dann habe ich das andere, das, was ich hier anstellen. Das ist ein EF 70 200 Millimeter. Und das ist auch ein F 2.8. F-Stop. Und das kannst du auch fähne Landschaften. Da kannst du viel, von weit auf viel, ganz nahen holen. Da kannst du von ganz dicht bei, viel fotografieren. Okay? So, dort ist, wie ihr es auch seht, dort ist eine professionelle Kamera. Die muss ich von dir anbeuten. Wenn ihr interessiert seid, dann wird uns das schwindelst mehr weiterlaufen. Ich würde, dass die englische Welt nicht anbeuten, wird uns sehr fern weg von, nur wenn ihr das Video sein könnt. Oder vielleicht nicht von jedem sein könnt. Aber von dann, wenn ich das hier am Internet zu sein habe. Okay? So, ich würde, dass unsere Pläutische Menschen das anbeuten. Wenn die alle diese Kamera haben, dann wird uns das schwindelst mehrlich in WhatsApp schärfen. Da hat die Nummer hier auch gehandelt. Dann kann ich das sein. Und dann wird uns mal ein Audio schärfen sein, ob wir uns da aufschärfen. So, dass wir gerne dort Geld brauchen, um investieren in unsere Videos, mit der Kamera, die wir jetzt haben, und mit dem Studio, die wir hier in Stratford haben, bei uns. So, das Geld, was wir von dieser Kamera brauchen, wo wir brauchen, um wieder investieren, oder wie ich gerne schmucke Videos für die Möcke, mit der anderen Kamera, wo wir von anderen Menschen nicht mehr haben. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. So, wir wünschen dir, dass wir uns hier in Stratford haben,